Es hängt alles an diesem Pilz, weil die Juwelenkiste ja 25 gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute wieder MrMobileFanboy, natürlich hier der Fred. Und wir wollen heute den Weltrekord noch einmal brechen, genau. Wir wollen mal probieren, ob wir das hinkriegen, ob wir den Weltrekord heute nochmal angehen können. Letztes Mal, falls ihr euch erinnert, lag der Weltrekord ja bei 86 Juwelen, die wir da rausgeholt haben. Und ja, heute starten wir also mit 60 Juwelen. Ihr seht das oben rechts. 60 Juwelen ist unser Startkapital, sag ich jetzt einfach mal. Damit fangen wir an. Also müssen wir nach Adabriese auf 147 kommen, um einen neuen Rekord aufzustellen. Und wir müssen auf 146 kommen, um ihn einzustellen. 145 wäre nicht ausreichend. Also würde ich mal sagen, lasst es uns angehen. So, ich stelle das jetzt mal ein bisschen schneller und dann können wir loslegen. So, ich habe das jetzt mal wieder auf normale Geschwindigkeit gestellt. Wir sind aktuell bei 100. Was ist das? Ich kann das gar nicht sehen, weil das so klein ist. Aktuell bei 120 und wir müssen jetzt also noch 26 noch holen. Ja, und wir haben jetzt, okay, wir haben jetzt nur einen geholt. Es hängt alles an diesem Pilz, weil die Juwelenkiste ja 25 gibt. Müssen wir mal gucken, vielleicht schaffen wir es oder vielleicht schaffen wir es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Los, los! Nein, nein, wir haben den keinen mehr geholt. Ja, gut. Jetzt machen wir natürlich eben noch die Juwelenkiste da oben weg. Das ist ja selbstverständlich. Ah, nicht der Bauarbeiter. So, eben ranzoomen, damit wir die Juwelenkiste auch finden. Da vorne ist sie. Steht da schön versteckt hinter meinem Rathaus. Und ja, wir brauchen also, gut. Ihr könnt jetzt noch 25 Juwelen draufrechnen, die wir jetzt noch bekommen. Wenn die Juwelenkiste jetzt gleich mal weggemacht wird. Das dauert ja immer 30 Sekunden, bis das gute Stück entfernt wurde. Der Bauarbeiter rödelt ja jetzt schon rum wie verrückt, damit das mal entfernt wird. Ein paar Sekunden dauert es noch. Also 25 Juwelen bringt eine Juwelenkiste. Und ja, ihr wisst ja auch dann, was das bedeutet. Wenn wir jetzt auf die 121 Juwelen noch die 25 draufrechnen. 146. Ja, schade Leute. Wir haben den Rekord eingestellt, aber wir haben ihn leider nicht gebrochen. Aber nun gut, so ist das nun mal. Und ja, wenn ihr auch einen Weltrekordversuch habt. Oder wenn ihr, ich weiß gar nicht mehr, wer mir den geschickt hat. Tut mir leid, dass ich den jetzt nicht mehr erwähnen konnte. Ich hab's jetzt leider vergessen. Ich werde dich unter dem Video auf jeden Fall erwähnen. In der Beschreibung. Derjenige hatte mir schon einen Weltrekordversuch zugeschickt. Und wenn ihr auch einen Weltrekordversuch habt, den ihr dann noch gemacht habt. Dann schickt ihr mir doch zu. Oder ja, schreiben ist ein bisschen scheiß, weil es ja dann ohne Beweis ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch für den Weltrekordversuch. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten findet ihr uns auch bei Facebook und bei Twitter unter Mobile Fanboy. Damit danke ich mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.